mich wiederbeleben, Julian. Ja, komm, den Badass-Goliot, den lassen wir mal. Hier, der Badass-Zwerg, komm. Auf dich hab ich abgesehen. Achtung, Goliath. Nein, Goliath, nein. Alter, was ist denn das? Super-Badass-Monster, Goliath. Muss ich die Scheiße wieder anmachen? War das, Psycho. Jetzt muss ich die Scheiße wieder anmachen. Ja gut, der Zwerg hat doch was drauf. Wow. Haupt, Psycho. Du kannst auch den Generator am Arsch machen, ist der klar, ne? Ja, hör mal den Schildpil. Baller du doch drauf. Das ist ein Scherz, oder? Warum explodiert denn das? Ernsthaft, Alter, ich mach die wieder weg, die Waffe. Die kotzt megamäßig an. Die nächste gute Schrotze, die ersetzt die auf jeden Fall. Die mach ich in die Bank rein. Oder wie das Teil heißt. Servoar. Schließfach. Halt die Fresse. Einfach halt die Fresse, okay? Servoar, was ist das Ding vorne am Kondom? Ja, da schiebst du deinen Penis rein. Weißt du, du schnippelst immer vom Kondom des Reservoirs ab, Alter. Der Kondom ist aber bei dir einfach viel zu klein. Äh, groß. Da zieht mich, Nico. Du hast ihn grad richtig verkackt. Ja, ich hab ihn verkackt. Aber egal, aber egal. Geld. Warte, 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 warte. Oh Gott, Blut. Wir müssen hoch. Hoch mit den Jucken-Pferden. Ja, Nico, du kleine Kackse. What the fuck? Boah, Alter, ernsthaft? Du hängst, lädst du grad irgendwas runter oder wie? Wir müssen aufhören mit runterladen, ne? Ja, sollst du echt mal machen. Bei mir ist grad ein Bolle-Zwerg viermal hinten neben mir vorbeigelaufen. Ich lad nicht runter. Ja, ich lad auch nicht runter. Hast du einfach ne scheiß Verbindung? Das ist ein Scherz mir runtergefallen. Jawoll. Oh Mann. Gut dann mal, ne? Dreckszwerg, Alter. Äh, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, guck auf die Karte. Was das von dir kommt, hätt ich auch nicht gedacht. Und da hinten hast du wieder vergessen zu looten. Loot ja auch nicht. Oh fuck. Ist das hier neben dran eine Leiter, ne? Zum Hochklettern. Und du hast ne Kiste vergessen. Ja und? Ich bin nicht so lootgeil wie du weißt. Bullshit. Aber man kann's verkaufen. Ah, ich bin voll. Ne, das ist oben auf der Klippe, du Mongo. Hä? Wir laden. Ja, und das heißt? Wir sind hochlaufen erst. Und wo geht's hoch? Na da, lass dir selber auf die Karte schauen. Ne. Wie geht's noch nicht fest? Das muss ich selber machen. Scheiß Karte. Alter, komm mal her. Gebt dir was auf den Stuhl legt. Ja. Die werden ihn nie finden, niemals finden, die meinen Schatz. War mal in Old Haven, jetzt nicht mehr. Mein. Habt die Karte zerfetzt? Habt sie den Banditen gegeben? Niemand wird ihn finden. Niemals. Boah. Der Typ schien über den verschollenen Banditenschatz von Old Haven zu reden. Wenn du die Teile der Karte findest, könntest du derjenige sein, der ihn hebt. Anscheinend tragen Banditen die Kartenteile mit sich rum. Aber um herauszufinden, welche Banditen eins haben, musst du sie erst umlegen und dann das Beste hoffen. Na, na dann. Auf geht's, Bitches. Banditentöten. Best Plan. Leidest du dir, glaube ich, alle, glaube ich, sind nicht tot. Ever. Dank Nico. Ja. Sorry, ne. Ich wollte halt nicht sterben. Ernsthaft, stellst du ein eigenes Leben über, dass du allgemein hast? Über das für Feinten geht gar nicht. Oh, hier sind wir nicht. Was? What? What what? Ja, wir sind noch ein, zwei. What what? What what? What what in the butt? Soft Park. Soft Park. Übrigens, nein. Beutezwerg, Beutezwerg. Ja, dann kill den halt. Mein Blut. Beide die gleiche Reaktion. Wo müssten wir lang? Nein, wo sind die Teile, die wir suchen müssen? Wir müssen Banditen töten. Könnte ein bisschen schwer werden. Lass die andere Mission noch mal reinmachen. Müssen die Schleswig... Jetzt erstmal hoch, muss verkaufen. Lass aber wo die andere Mission holen. Oh, die müssen wir noch abgeben. Oh, erstmal die Eier kratzen. Wie kommt man da hoch, auf das Teil? Ach ja. Inkompetenz, Julian ist wieder on the run. Nico? Ja? Nee, ich schaue echt mal über dich. Ja, da ist ein Himmel. Ich meine die große Plattform da oben. Der Abschluss ist nicht hier, sondern in Sanctuary. Ich weiß, deswegen haben wir sie auch nicht ausgewählt. Doch, hab ich. Ich gehe Moni kaufen. Ich glaube, ich habe einen Weg nach oben gefunden. Ich stelle keine Frage. Ich bin zwar schon lang oben und so weiter, aber schon okay. Ich da... Du bist nicht da oben, im Mongo. Kehrst du Scooter zurück? Brauchen wir auch nicht machen. Nico, du bist nie immer da oben, wo ich mein. Du stehst mir komplett in andere Richtung. Er schießt den Dieb, ist auch nicht da. What the fuck? Wo sind wir eigentlich? Ach so, das ist Sanctuary. Wo sind wir? Wir sind in... Da, da. Nee, doch? Ja. Komm mal zu mir, ich habe ein paar Gegner hier. Julian, ich bin so ziemlich genau da, wo du meinst. Du bist über mir, du Mongo. Ich will unter dir. Ja, und? Warte, ich hole dich kurz ab. Hier unten gibt es ein ganz neues Ding. Ganz neues Gebiet. Du musst da runterjumpen. Jetzt, lauf hier rüber. Ja, da musst du runterjumpen. Wie schwer. Jetzt kommen wir hier mit. Ach, das ist im Untergrund, oder wie? Ja. Also, ich glaube, da hinten kommst du auch weiter hoch noch. Oh, Manditenkarte. In der Zeit gab es mal so Kerle, die Crimson Lance, arbeiteten für die Atlas Corporation. Die versuchten uns zu killen. War ziemlich witzig. Hahaha. Der Schatz, den du suchst, hat dem letzten von ihnen gehört. Oh, ne. Das bondt ja neben mir. Machen wir Gesichtmatsch? Ich finde diese Eigenschaften, die Goliaths haben, ziemlich lustig. Du schießt mir den Kopf weg? Ich werde stärker. Hier oben gibt es ein bisschen, äh, Ding hier. Anpassung für dich. Äh, hochlaufen. Du bist nur da hochgekommen. Leiter. Da hinten ist ein Leiter. Ja, I just, I just said it, bitch. I just said it. Wie geht's weiter? Hast du die schon, die Anpassung? Ja. Also die Anpassungen, die da oben liegen, sind für dich, weil ich kann ja keine Aufnehmen und ich brauch sie nicht. Eine habe ich. Ah, ganzer Karschit. Da war nur eine Anpassung dabei. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ah, gib dir noch mal eine Granate kurz. Die schlecht platziert, ne? Alter, läufst du immer vor meine Granate ernsthaft. Beach. Ich habe einen Aufzug gefunden. Ach ja, ach ja. Jawohl, hier unten ist der Ammo-Shop. Das ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Komm, laufst du, bitch. Das wir unten alles fertig machen. Zweites. Oh, du, Mongo. Mongoliath. Alter, was leckt denn hier so krass? Kann man irgendwo die Ping sehen? Keine Ahnung, aber ja unten gibt's Zeug. Pistole 332x2. Pistole 576x2. Nein! Jupp. Was sagst du, Skip? Ja, ne? Du wärst eh wahrscheinlich beim Rüberspringen gestorben. 20.000 weniger, scheiße. Das hat wehgetan. Glaub ich geh jetzt mal hoch, ne? 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 eine idee enttäuschen schlechter weggefährte wurde dich weg dafür ist wie vor der übel klettern machen das jetzt so du griffst mit deinen zähnen so eine leiter okay ich bin sirene ich pumpe mich mit eridium vollen fliege hoch also warte jetzt ihr geht glaube ich wieder raus und schaffst du mal wie die andere seite hochkommen vielleicht ja draußen noch weiter alter sitzt du sitzt du irgendwie windkanal wieso was ist du pustest ne scheiß mikro nein so weit ich weiß jetzt nicht ja jetzt hörst du ja auch nicht du vogel ich könnte sagen ja genau ich könnte sagen ich höre es nicht das ist am 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 Hmmmmmm...